SPIELZEUG WUNDERLAND Hallo Barbie! Hallo Nicole, du weißt sicher, dass heute Valentinstag ist. Ich treffe mich mit Ken und möchte mir was zum Anziehen kaufen. Kann mich aber nicht entscheiden. Kannst du bitte, bitte vorbeikommen und mir helfen? Wo bleibt Nicole denn? So Barbie, da bin ich. Sag, wie kann ich dir helfen? Sag Nicole, wie gefällt dir dieses Kleid? Ich weiß nicht, ich glaube das ist zu viel. Das ist ja wie ein Ballkleid. Lass mich mal schauen. Oh, dieses Kleid finde ich schön. Probier das doch mal. Äh, okay. Mal sehen, ob es dir passt. Äh, guten Tag. Äh, Nicole, was machst du denn hier? Äh, Ken? Äh, was machst du hier? Na, ich will für Barbie ein Geschenk kaufen. Oh, das ist ja romantisch. Allerdings ist Barbie gerade hier. Äh, sie soll dich nicht sehen. Äh, weißt du, wie wir es machen? Du versteckst dich. Und wenn Barbie das nächste Mal in die Garderobe geht, dann helfe ich dir beim Geschenk aussuchen. Jetzt schnell weg, weg, weg. Äh, können Sie sich bitte vor das Regal stellen, damit Barbie mich nicht sieht? Äh, na klar. Äh, Nicole, also ich finde das Kleid steht mir sehr gut. Allerdings, ich brauche andere Schuhe. Ich schaue mal schnell. Äh, andere Schuhe? Ne, Barbie, du hast doch zu Hause schon so viele Schuhe. Äh, mir gefällt das Kleid doch nicht so gut. Äh, komm, wir suchen ein anderes Kleid für dich aus. Hier, äh, dieses Kleid ist schön. Äh, da, Barbie, äh, probier das mal an. Probier das mal an. Äh, Ken, komm. Ha. Äh, okay. Und, äh, was soll ich jetzt für Barbie kaufen? Äh, Ken, du weißt doch, dass Barbie so gerne Schmuck trägt. Wie wäre es, wenn du für sie eine schöne Kette kaufst? Äh, okay, aber, äh, welche denn? Ich komme. Ken, schnell weg, weg, weg. Ah, hallo, Barbie, zeig mal, dreh dich mal. Äh, ich weiß nicht, nee, dieses Kleid, das ist es auch nicht. Schau mal, das sieht doch schön aus. Kannst du bitte dieses Kleid mal anprobieren? Moment, ich hab's gleich so. Jetzt hier nimm und geh einfach, Barbie. So, Ken, lass uns schnell was aussuchen. Äh, so eine blaue Kette hat Barbie schon. Die hier, nee, ich glaub, die beide würden Barbie nicht gefallen. Mal sehen. Oh, die ist doch schön. Schau mal, Ken. Ich denke, du solltest diese Kette nehmen. Nicole, schnell weg, Ken. Oh, Barbie, du siehst aber schön aus. Ich denke, dieses Kleid solltest du kaufen. Das steht dir wirklich gut. Ja, das nehmen wir. Geh und zieh dich schnell wieder um. Ach, puh. Ken, Ken, wo bist du denn? Ah, also schau, Ken. Du nimmst am besten diese Halskette für sie. Barbie kommt gleich. Äh, beeilt euch. Packen sie es bitte als Geschenk ein, ja? Okay. Äh, alles klar. Dankeschön, Nicole. Na, heute geht's ja hier drunter und drüber. So, ich pack ihnen die Kette ein. Das war eine gute Wahl.